Wir präsentieren Ihnen die neue Lager- und Express-Kollektion von Fleiderer. Entdecken Sie die Functional Products. Unsere innovativen Xtreme Produkte begeistern durch die edle Anmutung, eine warme, samtige Haptik sowie den erlebbaren Anti-Fingerprint-Effekt. Primeboard Xtreme Matt- und Hochglanz, Duropal Xtreme, Duropal Xtreme Plus, Duropal Solid Color Xtreme. Unter dem jeweiligen Dekor sind die einzelnen Produktverfügbarkeiten dargestellt. Erleben Sie die einzelnen Farbwelten der neuen DST-Express-Kollektion. Von chromatischen und neutralen Unitönen über Hölzer bis hin zu Materialdekore sowie Steine und Minerale. Die Karte ist individuell klappbar, um Handling und Dekorentscheidung zu vereinfachen. Unter dem jeweiligen Dekor sind die verfügbaren Formate für HPL und Dekoboard aufgeführt. Das Lagerprogramm ist grün markiert. Alle Dekore sind als HPL in zwei Formaten ab Lager verfügbar. 4100 x 1300 x 0,8 mm und 2800 x 2070 x 0,8 mm. Als Dekoboard P2 sind alle Dekore in 2800 x 2100 x 19 mm ab Lager erhältlich. Zusätzlich dazu sind alle Dekore als Dekoboard P2 auch in den dicken 8 bis 38 mm und in genannten weiteren Strukturen im Schnelllieferprogramm erhältlich. Weitere Lagerformate und Dicken sind unter dem Dekor ebenfalls gekennzeichnet. Die weiteren verfügbaren Strukturen sind unter dem Dekor aufgeführt. Diese sind mit Lieferzeit auf Anfrage erhältlich. Der jeweilige Rapport ist unter dem Dekor dargestellt. Auf der Rückseite der Kollektionskarte sind alle zusätzlichen Informationen aufgeführt. Dekorübersicht Designkollektion, Informationen zur Flaiderer Work App und zum DST-System, sowie zu den Themen Made in Germany und Nachhaltigkeit. Zur besseren Auffindbarkeit der Dekore ist eine Übersichtstabelle mit Koordinaten integriert. Alle Detailinformationen zur DST-Express-Kollektion finden Sie auch in der eingesteckten Broschüre und jederzeit online auf flyderer.com.